KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Heute am 14.02.2022, kurz nach der großen Pause, kam es an der Ernst-Reuter-Schule in Ludwigshafen in der Gartenstadt zu einer Teilevakuierung, nachdem mehrere Schüler über Symptome wie beispielsweise Atemnot bzw. Brechreiz geklagt haben. Die Feuerwehr Ludwigshafen sowie Notärzte und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sollen es ca. 17 Schülerinnen und Schüler sein, die über diese oben benannten Symptome klagen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Ursache, was zur Herbeiführung der Symptome geführt hat, noch nicht bekannt. MRNews.de wird nachberichten. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020